Ich möchte nicht, dass es noch ewig dauert, sondern dass es losgeht. Und dazu suche ich Antworten. Und vielleicht hast du ja auch eine Idee. Ich glaube, das Erste ist dieses Bewusstsein schaffen, weil natürlich haben die Medien ihren eigenen beginnenden Untergang ja auch schon mitbekommen und versuchen ja eben gegenzusteuern. Und dafür brauchen wir halt erstmal, und darauf läuft es immer wieder hinaus, die Awareness, dass den Leuten das bewusster wird, damit das nicht nur eine kleine Idee bleibt, sondern dass diese Idee sich eben in viele Köpfe ausbreitet und wir dann zusammen Lösungen finden. Weil ich glaube nicht, dass ich das auch allein schon von der ganzen technischen und rechtlichen Seite, könnte ich sowas nicht aufstellen. Aber ich habe das Vertrauen in den Schwarm quasi, dass wenn wir viele Leute haben, die diese Idee tragen, dass dann Leute kommen, die noch eine doppelt so gute Idee haben, wie man das machen könnte. Genau. Und dafür braucht man quasi viele, aus denen dann das Neue entsteht. Wieder quasi auf dezentralen Schultern und nicht ein Konzern oder eine EU schreibt vor für hunderte Millionen von Menschen, sondern viele Menschen zusammen kreieren etwas, was sinnvoll ist für viele Menschen zusammen.